Komm in die Gänge, Skaletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich hab gehört, du willst mich sprechen. Ja. Einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf, Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich hab gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an.